So, wir kommen jetzt zu einem weiteren Höhepunkt in dieser Ausstellung, nämlich die Arbeit von Herbert Brandl. Herbert Brandl, der ebenfalls aus der Steiermark kommt und große Ausstellungen bereits weltweit hatte und in Wien wieder eine große Ausstellung hat, hat uns ein Werk gegeben, das sich Rotes Kreuz nennt und er zeigt uns in dieser Arbeit, in dieser Fotoarbeit auf Leinwand ein rotes Kreuz, ein schlichtes rotes Kreuz, wo wir im Hintergrund möglicherweise einen Karton erkennen, möglicherweise einen Karton mit dem Hinweis, hier ist etwas Zerbrechliches drinnen, es ist ein Glas, also auch diese Vorsicht, das heißt für mich quasi auch dieser Kontext, es könnte etwas zerbrechen und möglicherweise schützt dieses Kreuz, um im Leben etwas zu zerbrechen.